Mein Name ist Karin Hörtnagel, ich bin Bankangestellte und studiere BWL Online, weil ich mich neben meinem Job beruflich weiterentwickeln möchte und meine Berufschancen und Möglichkeiten erhöhen möchte. Besonders schätze ich am Online-Studium, dass man sehr flexibel ist. Auch die Inhalte beim BWL Online-Studium sind sehr gut gestaltet. Man erlangt ein fundiertes Grundwissen, was man in jedem Bereich einsetzen kann. Ein Online-Studium ermöglicht viele Freiheiten. Man hat zweimal die Woche ein Webinar, da werden Vorlesungen gemacht über diverse Themen. Man ist dann die Präsenztage, sechsmal im Jahr ist man am MC und es ist immer etwas ganz Besonderes. Man trifft die Studienkollegen, kann sich austauschen und dann hat man Vorlesungen, Prüfungen und Vorträge. Ich würde BWL Online denen empfehlen, die berufstätig sind und sich beruflich und privat weiterentwickeln wollen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.